Ja, wir sind hier beim Videodreh in Berlin in einer wunderschönen Halle im Hintergrund. Und es ist nicht warm. Aber es macht viel, viel Spaß. Wir drehen gerade das Video zu unserem Song Arche Noah. Ich steige jetzt dann in den Bus ein und Sie werden sehen, ich werde das erste Mal in meinem Leben einen Bus fahren. Okay, wir wären bereit für mal so einen ersten Tag. Bevor es dunkel wird und sich die Welt nicht mehr dreht, bevor in der großen Flut alles untergeht, da bauen wir uns ein Schiff. Also ich war mit Charlie Brunner nie so richtig glücklich. Ich war eigentlich immer ein Brunner. Und die Simone, du wolltest ja auch deinen Familiennamen ins Spiel bringen. Ja, das stimmt. Also Simone, jeder kennt mich unter Simone. Seit vielen Jahren spricht man mich an. Es war ganz lustig, früher Fräulein Simone, heute Frau Stelzer. Für unsere Fans bleiben wir aber natürlich immer der Charlie und die Simone. Aber als Duo nennen wir uns jetzt Brunner und Stelzer. Da bauen wir uns ein Schiff. Volle Fahrt. Für eine bessere Welt. Komm, wir laden dich ein, dabei zu sein. Alle auf die Aachen Noah. Es war ein heißer Sommer und es war einfach ein tolles Erlebnis, das Album zu singen. Ich denke, wir haben uns, wenn man das in unserem Alter noch so sagen kann, auch wieder weiterentwickelt. Eigentlich ist das Album etwas erwachsener geworden als das letzte, etwas poppiger. Und ich glaube, das kann man durchaus so beschreiben. Daher auch eben diese Namensänderung. Aber Musik kann man immer so schwer erklären. Ich finde, Musik sollte man immer hören. Und man wird das auch auf diesem Album hören. Deshalb. Es ist so vielfältig und schön geworden. Alle auf die Aachen Noah. Wir nehmen jeden mit. Ob Träumer, Streuner, Präsident. Wir machen keinen Unterschied. Alle auf die Aachen Noah. Ich bin ja eigentlich kein richtiger Solokünstler gewesen in meinem Leben. Und deswegen tue ich mir viel leichter, im Duo zu singen und in der Zusammenarbeit als Simone. Die hat schon einige Zeit gebraucht, dass ich so, naja. Wie ich mich gewöhnt habe. Aber ich muss sagen, der Charlie gehört jetzt schon ganz wirklich fest zu mir. Und ich singe total gern mit dir. Ich muss sagen, es war am Anfang für mich wirklich ungewohnt. Aber es ist ja was Schönes dazugekommen. Und vor allem, es klingt gut. Sehr gut, ja. Ich glaube, dass ich mehr so die Logistikerin bin. Also ich habe meinen Plan und wenn der Charlie mal ausfällt, springe ich ein in deinen Plan. Also ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Und ich würde sagen, wir sind gleichberechtigt. Wir sind ein Kreativpaar. Wir leben im Paradies, das uns allen gehört. Wenn wir alle zusammenstehen, retten wir die Welt. Wir ziehen an einem Strang. Ja, wir machen uns frei. Komm, wir laden dich an. Wenn ich den Charlie beschreibe. Ich bin ein toller Kerl. Ich bin ein toller Kerl. Er sagt ja eh alles selber. Was soll man da noch beschreiben? Schöner könnte ich es gar nicht formulieren. Er ist ein klasser Bursche, ein toller Kerl, ein super Partner. Wenn man ihn nicht ärgert, kommt man gut mit ihm aus, grundsätzlich. Aber das mache ich ja nie, oder? Ich mache jetzt eines. Ich wechsle nur das klasser Bursche zur tollen Mädel aus. Und alles andere bleibt genauso, wie es ist. Komm, wir laden dich ein, dabei zu sein. Alle auf die Aachen, Noah. Wir nehmen jeden mit. Ob Träumer, Streuner, Präsident. Wir machen keinen Unterschied. Alle auf die Aachen. Ich glaube, dass wir Menschen, die einzigen sind, die uns selbst begrenzen können, uns Schranken auferlegen können. Und ich denke, dass im Leben alles möglich ist. Also so ein Synonym dafür, dass alles geht. In jeder Hinsicht, denke ich auch. Ich möchte keines missen auf diesem Album, aber ich möchte auch jetzt keines hervorheben so großartig. Aber man kann eigentlich zwei Songs, würde ich schon hervorheben, wenn du mich fragen würdest. Und zwar, wir haben uns auch unter dem Motto, alles geht mal, an Dialekt-Songs gewagt. Und obwohl es ja unsere Muttersprache ist, ist es noch wieder ein bisschen anders, im Dialekt zu singen. Für mich, ich habe es seit Jahren nicht gemacht, obwohl man tagtäglich zu Hause so spricht. Aber ich finde das schön. Es ist total schön geworden. Und das sind so meine kleinen Lieblingslieder am Album, wenn ich das so sagen kann. Ich brauche die zum Lieben. Und... Du bist mein Summer. Ja, der Charlie vergräbt sich dann in seinen Bergen von Büchern. Er hat ja, glaube ich, hunderte Bücher. Und manchmal, wenn man ihn nicht erreicht, dann weiß man, du bist ganz vertieft in eines deiner neuesten Exemplare. Naja, und ich gehe gerne in die Natur. Ich gehe gerne laufen. Ich entspanne mich sehr gerne mit Sport. Und so hat halt jeder so ein Ventil, wo man mal ein bisschen loslassen kann. Noah, wir nehmen jeden mit. Ob Träumer, Streuner, Präsident, wir machen keinen Unterschied. Halle auf die Arke. Noah, es wird ein guter Wind. Auch in eine neue... Naja, unsere Fans sind das Salz in der Suppe eigentlich. Weil wir könnten singen und tun und machen, was wir wollen. Es ist alles, es passiert alles auf Fanbasis. Und die brauchen wir ganz dringend. Ohne Fans geht überhaupt nichts. Alle auf die Arche. Wir sind ein fahrender Zug, Charlie, oder? Also Stillstand gibt es bei uns eigentlich nicht. Und wenn, wie heute, der Videodreh abgeschlossen ist, dann reden wir schon wieder vom nächsten Projekt. Wie heißt der schöne Satz? Das Leben ist der Zug und nicht der Bahnhof. So ist es. Ich habe immer nur einen Wunsch in meinem Leben gehabt. Zufrieden zu sein. Und das ist mir bis heute noch nicht gelungen. Also ich bin ganz zufrieden. Ich habe einen tollen Partner an meiner Seite. Und ich bin gesund. Und das ist eigentlich alles, was ich mir wünsche, dass es weiterhin so sein möge. Und dass wir alle zusammen weiterhin Spaß haben an unserer Musik. Und dass uns weiterhin die Menschen mögen und zuhören. Schön hast du das gesagt. Hey, schaut super aus. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020